Kennst du das? Du bist manchmal nervös in einem Raum, wo Menschen sind, wo dich viele beobachten, wo du vielleicht auch eher so ein bisschen introvertiert manchmal bist. Kennst du das? Ich auch. Und ich habe hier einen Trick für dich, der hilft dir. Es heißt LOA. Das ist die Abkürzung für Law of Assumption. Das bedeutet, dass du eine geistige Vorwegnahme für dich schaffst, die quasi deinen Wunsch, das, was du dir wünschst, bereits kreiert. Und das ist so spannend und es funktioniert wirklich immer. Das heißt, probiere es einfach mal aus. Wenn ich in einen Raum gehe, wo viele Menschen sind, wo ich mich vielleicht manchmal auch irgendwie unwohl fühle oder mir denke, was denken die von mir, der schaut mich komisch an, dann denke ich gleich, Law of Assumption, ich denke mir, jeder hier im Raum mag mich. Ich weiß, du magst mich. Auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht stimmt. Aber mit dieser Einstellung in einen Raum zu gehen, mit alle im Raum mögen mich, verändert deine Energie und verändert dein gesamtes Auftreten. Und es ist so magisch, was sich da tut und was das bewirkt. Und selbst wenn dich jemand böse anschaut oder dir böse Blicke zuwirft oder irgendetwas Negatives gegen dich sagt, dann habe ich in meinem Kopf auch einfach, ich weiß, es geht dir vielleicht jetzt gerade nicht gut und du projizierst etwas Negatives von dir auf mich, aber ich weiß, in Wahrheit magst du mich. Und damit bin ich schon wieder in dieser positiven Energie und in einer Entspanntheit. Und es nimmt mir die Angst oder die Unsicherheit, auf andere zuzugehen, im Raum zu sein. Probier es einfach mal aus. L-O-I, Law of Assumption, diese Verwegnahme von etwas, was du dir wünschst. Probier es einfach mal aus. Ich mag dich, ich weiß, alle hier im Raum mögen mich. Probier es. War dieser Tipp hilfreich für dich? Dann lass mir doch ein Herz da.